Stark sein, ein Stefans! Zahun hat keinen Kontakt zu den Boys Funkstille statt Austausch mit alten Pros. Bis 2015 eroberte Zahun Malik, 24, mit ohne Direktion nicht nur die Herzen der Fans, sondern auch die Guards auf der ganzen Welt. . Im Billboard-Interview verriet nun, dass er mit keinem der Boys mehr in Kontakt steht. Unsere Beziehung hat sich auf jeden Fall verändert, seitdem wir zusammen in der Band waren. Aber ich denke, so ist das Leben eben. Jeder wird erwachsen, zwei der Jungs haben jetzt Kinder, sagte der Sänger. Erst im September hatte er noch erklärt, ein gutes Verhältnis zu, und zu pflegen mit sei er dagegen noch nie befreundet gewesen. Statt sich also noch mit den Erinnerungen an die alte Buban-Zeit zu beschäftigen, blickt lieber allein in die Zukunft. An seinem zweiten Solo-Album arbeitete der Freund von Topmodel Gichi Hadid, 22, sogar völlig abseits des Showbusinesses auf einer einsamen Farm in Pennsylvania. Ich habe dort auch viel auf dem Hof gearbeitet, ich habe die Pferde rausgeholt und die Kühe gefüttert. Das ist echt cool, erinnert sich der Brite im Interview. Überrascht es euch, dass er den Kontakt zu den einst die Jungs offenbar komplett abgebrochen hat? Stimmt ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.